Ein Mikro-Lautsprecher in Form eines winzig kleinen Chips? MEMS, mikro-elektromechanische Systeme, sind bereits in zahlreichen Anwendungen als Mikrofone und Sensoren weit verbreitet. Doch bisher fehlte eine MEMS-basierte Lösung für die Schallerzeugung, die den Marktanforderungen genügt. Bis jetzt. Dem Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme, IPMS, ist ein revolutionärer Ansatz für MEMS-Lautsprecher gelungen. Tivo am Anfang war, einen Mikro-Lautsprecher herzustellen auf Siliziumbasis und dabei natürlich auch eine Lautstärke zu erreichen, die für den Markt erforderlich ist. Und das vor allem auch für tiefe Frequenzen, also im Bassbereich. Die Besonderheit an unserem System ist, dass wir die Membran in Streifen geschnitten haben. Und damit können wir relativ viel Schalldruck pro Quadratmillimeter Chipfläche herstellen. Das hat dann zur Folge, dass wir geringe Kapazitäten und enorm geringe Leistungsaufnahmen haben. Mit der neuen Technologie der Nano eDrive-Aktoren werden viele dünne Biegebalken, ähnlich den Seiten einer Harfe, gefaltet und in einem MEMS-Silizium-Chip integriert. Dadurch können Schallwellen mit einer ausreichend hohen Schallleistung erzeugt werden, ohne dass die Chipgröße wächst. Perfekt für im Gehörgang getragene, hochvernetzte Systeme, sogenannte Hearables, die weit über das reine Musikhören hinausgehen. Wir haben mehrere Microspeaker-Generationen. Jede dieser Generationen hat im Prinzip sehr viel Zeit gebraucht, um die zu entwickeln. Aber am Ende haben wir geschafft, die Vorgaben der Industrie mit unserer Generation 4 zu erfüllen. Die MEMS-Lautsprecher können skaliert und in hoher Stückzahl gefertigt werden. Mit optimierten Lautstärkevolumen und weniger Störgeräuschen im Ausgabesignal. Zu Beginn dieser Lautsprecherentwicklung habe ich in sehr vielen Firmenkontakten mitbekommen, wie groß das Potenzial ist. Daraufhin haben wir Arioso gegründet, als Ausgründung des VNOV-IPMS. Schon nach zwei Jahren wurde die Arioso Systems von der Bosch Sensortake GmbH übernommen und ein wichtiger Schritt in Richtung Kommerzialisierung gemacht. Wir wollen bei der Mikro-Lautsprecherentwicklung hin zu noch lauteren Lautsprechern, die gleichzeitig aber nicht in der Größe wachsen und auch nicht wieder mehr Energie brauchen. Und wollen natürlich gleichzeitig die Produktion skalieren. Mit ihrer MEMS-Technologie haben die Wissenschaftler eine technologische Lücke geschlossen. Mit ihrer MEMS-Technologie